Hallo und herzlich willkommen zum vorletzten Abend unserer Serie vom Schatten zum Licht. Wir entschuldigen uns für die kleine Verspätung, wir hatten ein paar kleine technische Probleme, sind aber dankbar, dass wir jetzt live senden können auf www.bibel-prophetie.ch und auch auf www.jolmedia.de. Unsere Serie Prophetie mit Jesus sicher in die Zukunft neigt sich dem Ende zu. Wir möchten euch, liebe Freunde, auf eine ganz besondere Gelegenheit noch aufmerksam machen. Nicht nur morgen Abend gibt es den letzten Vortag, sondern schon am morgigen Vormittag gibt es die Möglichkeit, bei einer Predigt mit live dabei zu sein. Wir haben ja im Laufe dieser Serie auch unter anderem über das Gesetz Gottes gesprochen, über den Sabbat gestern und möchten euch die Gelegenheit geben, an einem solchen Sabbat-Gottesdienst, wenn auch über das Internet, aufgrund der ganzen Corona-Situation ist es momentan nicht anders möglich, teilzunehmen in einer Predigt hier aus dem Joel Media Studio, die dann für die Gemeinde dort in Bern gesendet wird. Der Beginn ist um 10.45 Uhr auf denselben Seiten, auf denen ihr bisher auch diese Vorträge anschauen konntet. Und an dem Nachmittag wird es dann sogar eine Taufe geben. Wer eine solche biblische Taufe einmal selbst sehen möchte, miterleben möchte mit einer kurzen Ansprache, der kann dann auch um 16 Uhr einschalten. Am Ende des heutigen Vortrags werden wir noch einige weitere Angebote unterbreiten. Also bleibt auf jeden Fall bis am Ende dann noch dabei und ihr werdet auch über weiterreichendes Material informiert werden. Apropos Material, wie jeden Abend möchte ich noch einmal die Bücher vorstellen und dazu ermutigen, dass sie kostenlos angefordert werden können auf der Seite www.bibel-prophetie.ch zum Beispiel dieses wunderbare Buch Vom Schatten zum Licht. Einige Dinge, die wir heute auch besprechen werden, werden dort ganz ausführlich und mit sehr viel Detail noch erklärt und besprochen, wie das hier in der Kürze der Zeit gar nicht möglich ist. Unbedingt lesen ein wirklicher Weltbestseller, genauso auch wie das kleine Büchlein Der rettende Weg und auch das Buch Der Sieg der Liebe, in dem das gesamte Leben von Jesus beschrieben wird. Also diese Bücher möchten wir euch ganz herzlich an das Herz legen. Jetzt haben wir die Gelegenheit, wieder Fragen zu, oder gestellte Fragen zu beantworten. Wir freuen uns sehr, dass so viele die Möglichkeit nutzen und Fragen stellen, wirklich sehr gute Fragen und werden heute Abend dann am Ende des Vortrags auch wieder ein paar Fragen beantworten. Die erste Frage, die wir heute hier beantworten wollen, ist, warum ist es so? Oder besser gesagt, warum sind früher so viele Wunder geschehen am Berg Sinai und zur Zeit von Jesus? Und warum tut Gott heute solche Wunder scheinbar nicht mehr? Nun, zunächst einmal müssen wir festhalten, dass wenn wir die Bibel lesen, wir vielleicht manchmal den Eindruck haben, dass da ständig ein Wunder das andere jagte. Und das stimmt, es gibt viele Wunder in der Bibel, aber wenn man genau hinschaut, merkt man auch, es gab Jahrzehnte, Jahrhunderte ohne große spektakuläre Ereignisse. Auch der Sinai war ja eher ein singuläres Ereignis, auch der Auszug aus Ägypten. Wir sehen, dass in der Bibel zwischen dem Alten und dem Neuen Testament fast 400 Jahre vergangen sind, ohne dass ein Prophet aufgestanden ist. Also, nur weil es keine spektakulären, für alle Menschen sofort sichtbaren Manifestationen gibt, heißt das nicht, dass Gott nicht mächtig wirkt. Ja, eine der interessanten Lektionen von den Wundern, von dieser großen Demonstration am Sinai, war ja, dass trotz all der Donner und des Feuers das Volk eben doch nicht wirklich so ganz hundertprozentig diesem Gott vertraute. Womit Gott letztendlich unter anderem auch gezeigt hat, dass nicht die äußerlichen Wunder einen Menschen zu Gott führen. Man kann das auch sehr deutlich sehen, im Leben von Jesus, er hat in einigen Städten unglaublich viele Wunder getan, zum Beispiel in der Stadt Kapernaum, die fast so etwas wie sein Hauptquartier gewesen ist am See Genezareth. Und in Matthäus 11 sagt dann Jesus, wehe dir Korazin, wehe dir Bethsaida. Das sind zwei andere Städte, die er besonders mit seiner Gegenwart geehrt hat. Denn wenn in Tyrus und Sinon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan und dann Vers 23. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreichen abgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, so es würde heute zu Tage noch stehen. Heißt also, es waren nicht die äußerlichen spektakulären Wunder, die Menschen letztendlich wirklich zum Glauben geführt haben. Auch wenn sie ihren speziellen Sinn und als Demonstration der Göttlichkeit Jesu und auch seiner Mission, als Zeichen der Zeit, wie wir gesehen haben, ihren Sinn erfüllt haben, ist die Art und Weise, wie Gott Menschenherzen reicht, letztendlich eine sehr viel subtilere und sehr viel persönlichere. Und da spielen Wunder manchmal eine Rolle, aber nicht notwendigerweise. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, uns in das Weltall vertiefen, in den menschlichen Körper vertiefen, in die Art, wie eine Zelle funktioniert, wenn wir ein bisschen auch zurückschauen, wie Gott unser Leben geführt hat, ich glaube, dann können wir alle sagen, dass wir schon eine ganze Reihe von unerklärlichen Wundern gesehen haben. In diesem Sinne tut Gott jede Sekunde Wunder in uns, um uns herum. Und wenn wir unsere Augen dafür schärfen, dann können wir sie auch wahrnehmen. Die nächste Frage, die gestellt worden ist, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt hinfort kein Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten auf das Gericht und ein wütendes Feuer, das die Widersache verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz des Mosemes achtet, muss er sterben, ohne Erbarmen auf zwei oder drei Zeugen hin. Das ist Hebräer 10, Vers 26 bis 28. Wenn ich als Christ nicht sündigen will, aber ich doch Sünde tue, was geschieht dann mit mir? Sehr gute Frage, ausgezeichnete Frage. Viele Menschen kämpfen mit dieser Frage, denn wir erleben alle in unserem Leben und haben erlebt, dass wir Gott nachfolgen wollen und trotzdem in Sünde gefallen sind, vielleicht sogar in schwerwiegende Sünde, in Sünde, die uns zutiefst beschämend macht, wie das dem David passiert ist. Zum Beispiel in 2. Samuel lesen wir von seinem schweren Fall, wo gleich mehrere schwere Kapitalverbrechen, sozusagen Sünden begangen worden sind durch ihn. Hebräer 10, der hier zitiert worden ist, scheint auf den ersten Blick sehr entmutigend zu sein, aber wenn wir uns den Vers genau anschauen, dann sehen wir, worum es hier geht. In Vers 26 heißt es, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig. Manche haben das interpretiert, als würde das bedeuten, wenn ich einmal Jesus angenommen habe und dann mich wieder bewusst gegen ihn entscheide, dass ich nicht mehr zurückkommen kann. Aber das sagt der Vers nicht. Das heißt weiter, wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben, auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Die Idee ist hier also, wenn jemand im Alten Testament gesündigt hat, sollte er sterben. Also bei schweren Sünden gab es zum Teil die Todesstrafe. Aber der Punkt ist hier sehr wichtig. Er stirbt dann, wenn er das Gesetz des Mose verwirft. Und das Gesetz des Mose hatte auch Anordnung und Vorschläge und einen Heilsplan. Durch Opfer konnte man die Erlösung, die Gott angeboten hatte, in Anspruch nehmen. Nur wer dieses Gesetz verwarf, wer also dem Wort Gottes nicht mehr glaubte und das alles von sich wies, für den gab es dann keine Möglichkeit mehr gerettet zu werden. Genauso geht es jetzt hier um Menschen, wie es in Vers 29 heißt, die den Sohn Gottes mit Füßen treten und die das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für Gemeinachten und den Geist der Gnade schmähen. Also wenn ich sündige und dann eben nicht mehr Jesus als meinen Erlöse annehmen möchte, dann sagt der Paulus, dann gibt es kein anderes Opfer sozusagen. Es gibt dann keine andere Möglichkeit gerettet zu werden. Wenn ich Jesus ablehne und in der Sünde fahre, kann ich nicht auf eine andere Art und Weise erlöst werden. Ich muss mir bewusst sein, dass wenn ich nicht auf Jesus vertraue und ich zu ihm zurückkehre, dann gibt es keine andere Option, außer dass ich verloren gehe. Das ist also die Warnung, dass wir, auch wenn wir in Sünde gefallen sind, dann unbedingt zu Jesus wieder zurückkommen sollen und dürfen. Denn die Bibel sagt, der Gerechte fällt siebenmal, aber steht wieder auf. Und in 1. Johannes 2, Vers 1 heißt es, wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Den werden wir heute diesen Text auch noch anschauen. Dann ist eine Frage mit Zugang auf 2. Mose 29 und dort Vers 20. Da geht es um, ich lese mal vor, du sollst den Witter schächten und von seinem Blut nehmen und es auf das rechte Ohrläppchen Aarons tun und auf das rechte Ohrläppchen seiner Söhne und auf den Daumen ihrer rechten Hand und auf die große Zehe ihres rechten Fußes. Das übrige Blut aber sollst du ringsum auf den Altar sprengen. Was hat es damit auf sich? Interessanterweise ist das hier die Beschreibung, wie ein Priester eingesetzt worden ist. Und diese Priester sollten dann mit diesem Einsetzungsopfer besprengt werden. Und zwar an dem Ohrläppchen, an dem Daumen und dem großen Zeh. Hier die Symbolik, denn da war, dass das Blut des Opfers ihr Hören, ihr Tun und auch ihr Gehen, ihren Wandel, ihren Lebenswandel bestimmen sollte. Interessant ist übrigens, und das nur am Rande, dass das nicht nur für die Priester galt, sondern auch für Menschen, die Aussatz gehabt haben und dann von ihrem Aussatz gereinigt worden sind. Das kann man in 3. Mose 14 lesen. Da gab es ein bestimmtes Reinigungsopfer. Sehr spannend, haben wir nicht die Zeit, das anzuschauen. Und dann wird hier beschrieben in Vers 14, dass auch das Blut auf Ohrläppchen und den großen Daumen und den großen Zeh getan werden sollte. Aber nicht nur das Blut und womit deutlich gemacht werden sollte, dass jemand, der vom Aussatz gereinigt worden ist, also ein Symbol für die Reinigung von der Sünde, dass er zu einem quasi Priester wird, also kein realer Priester im realen Heiligtum. Aber alle Israeliten sollten ja in einem weitesten Sinne Priester sein. Nicht nur wurde Ohrläppchen, großer Daumen und großer Zeh mit Blut, also wurde da Blut drauf getan, sondern wir lesen ein paar Verse weiter, dann in Vers 17, auch das Öl an die gleiche Stelle kommen sollte. Und dann ein bisschen später in Vers 28 wird deutlich, dass genau dort, wo das Öl hinkommen sollte, auch das, wo das Blut hinkam, auch das Öl noch hinkam. Das heißt, es wurde Blut und dann Öl auf das Ohrläppchen, auf den großen Daumen und auf die große Zehe getan, um deutlich zu machen, dass dort, wo das Öl ist, auch das Blut ist. Das Öl ist ein Symbol für das Wirken des Heiligen Geistes. Wir werden heute in dem Vortrag noch etwas mehr darüber sagen. Dort, wo Gott uns vergibt, da möchte er durch seinen Heiligen Geist auch unser Leben verändern. In unserem Hören, in unserem Tun und in unserem ganzen Lebenswandel. Letzte Frage. Wieso heißt es alter und neuer Bund? Wieso behaupten diverse Christen, dass der alte Bund durch den neuen Bund abgelöst wurde und deswegen die zehn Gebote der alte Bund nicht mehr gültig ist? Wieso musste Gott dieses Thema so kompliziert in der Bibel hinterlassen und konnte nicht einfach schreiben, dass der Bund erneuert wird? Das hätte viel Verwirrung und Streitereien bei Christen verhindert. Nun, Gott hat es genauso geschrieben in Daniel 9, was wir angeschaut haben. Heißt es, er wird einen festen Bund schließen. Einige übersetzen auch, er wird den Bund befestigen. Er wird ihn wieder festmachen. Warum gibt es einen alten und einen neuen Bund? Interessant ist, das kann man sich in Hebräer Kapitel 8 anschauen. Da wird das miteinander verglichen, der alte und der neue Bund quasi. Dass der alte Bund erst seit dem Sinai existiert. Wir wissen aber, dass schon Abraham mit Gott einen Bund hatte. Noah hatte mit Gott einen Bund. Es gibt in der Bibel einen echten, realen Bund. Das ist der Bund, den Gott mit Menschen schließen möchte. Und den wollte er auch am Sinai schließen. Allerdings, wie wir gesehen haben, waren die Israeliten nur halbbreit dazu. Und so kommt es zu einer Art quasi Distanzbeziehung. Und dieser Bund, der konnte nicht halten, weil wenn man nicht Gott nah an seinem Herzen hat, kann man auch seine Gebote nicht halten. Und deswegen sagt Gott dann schon im Alten Testament, dass dieser Bund erneuert werden muss. Dass es einen neuen Bund geben muss. Also die Frage alter, neuer Bund ist keine Frage von altem Testament und neuem Testament. Sondern eigentlich könnte man sagen, der neue Bund ist der echte Bund, den es schon immer gab. Der alte Bund ist nur eine Beschreibung dieser Zwischenlösung, die die Israeliten am Sinai für sich akzeptierten, weil sie nicht völlig mit Gott gehen wollten. Dass Abraham zum Beispiel nicht im Alten Bund lebte, wird ganz deutlich. Denn er hatte keinen Priester, der für ihn eintrat, wie die Israeliten einen hatten. Er hatte auch die zehn Gebote nicht auf Steintafeln, sondern er hat die Gebote im Herzen getragen. Das macht 1. Mose 26 ganz deutlich. Insofern ist es eigentlich so, dass das Thema erst dadurch kompliziert wird, weil Christen versucht haben, dieses Thema alter, neue Bund auf das alte, neue Testament zu münzen und damit sehr viel Verwirrung gestiftet haben. Aber es geht um eine Beziehung. Es geht um eine feste Beziehung, das ist der neue Bund, und eine Distanzbeziehung, das ist der alte Bund. Und wenn man mal so einschlägige Stellen wie Remia 31 oder auch Hebräer 6 anschaut, dann sieht man das eigentlich sehr schön und sehr einfach und klar erklärt. Und es ist unser Vorrecht, im neuen Bund zu leben, wie die Glaubensmänner im Alten, die Glaubensfrauen im Alten Testament und im Neuen Testament. Und ich glaube, dass heute, wenn Menschen nur das Wort Gottes lesen, aber nicht wirklich im Herzen tragen, dass sie genauso im Alten Bund leben wie einige Israeliten im Alten Testament. Danke für diese sehr guten und sehr interessanten Fragen. Ich freue mich schon auf die Fragen, die dann im Laufe dieses Abends gestellt werden, die wir dann am Ende nochmal beantworten werden. Jetzt wollen wir uns dem Thema heute zuwenden. Es ist wie gesagt das vorletzte Thema mit Jesus. Was macht eigentlich Jesus jetzt? Die Dynamik der Erlösung in unserer Zeit. Und bevor wir beginnen, wollen wir wie jeden Abend natürlich gemeinsam kurz beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir auch heute die Gelegenheit haben, dein Wort zu studieren. Und Herr, wir möchten lernen, was das Evangelium, was Jesus für uns heute tut. So möchten wir dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist unsere Herzen anrührst, dass wir dich besser verstehen können und dass wir begeistert werden von deinem Wort, von deiner Liebe und von deinem Plan, uns zu retten. Hast du dich schon mal von irgendjemandem verabschiedet? Abschied nehmen fällt nicht so leicht. Das kann ein sehr emotionaler Moment sein. Insbesondere dann, wenn man sich von Menschen verabschiedet, die man gern hat. Jesus wusste, kurz vor seiner Kreuzigung, dass er auch Abschied nehmen musste. Und zwar nicht einfach deswegen, weil er sterben würde, denn er würde ja auch wieder auferstehen. Aber er als der Auferstandene würde nicht auf dieser Erde bleiben. Er würde seine Jünger, die er dreieinhalb Jahre lang ausgebildet hatte und mit ihnen in Stadt und Dorf, auf dem Feld, überall gewesen ist, er würde diese seine Jünger zurücklassen. Und so begann er bereits, bevor er dann in den Himmel auffuhr und bevor er starb, seine Jünger darauf vorzubereiten. Eine besonders wichtige und interessante Szene haben wir gestern schon kurz gestreift. Und wir werden da jetzt ein bisschen uns wieder hineindenken. Als er dort bei diesem, zur Zeit des Passa, bei diesem ersten Abendmahl, das sie gemeinsam feierten, wie wir es heute nennen, als er das Brot und den Traubensaft austeilte und ihnen zuvor die Füße gewaschen hatte und ihnen deutlich machte, wie sehr er sie mochte, wie sehr er für sie da war, wie sehr er ihnen dienen wollte, da gab er ihnen folgende Sätze mit. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Das waren mit anderen Worten die Abschiedsworte. Er bereitete seine Jünger darauf vor, ich werde euch verlassen. Ich habe etwas vor, ich möchte etwas im Himmel für euch vorbereiten. Er sagt weiter in Vers 3 und 4. Und wenn ich hingehe und durch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Morgen werden wir mehr über dieses Thema hören. Und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist das große Ziel. Wohin ich aber gehe, wisst ihr. Und ihr kennt den Weg. Gestern haben wir schon gesehen, dass Thomas und auch die anderen Jünger sich nicht ganz sicher waren, ob sie den Weg wirklich kannten. Sie haben noch gefragt, wie sollen wir den Weg dann wissen? Sie hätten es wissen können. Und zwar aufgrund dessen, was das Alte Testament über das Heiligtum lernt. Wir haben über das Heiligtum schon ein bisschen gesprochen. Als das, was Gott bauen ließ, nachdem die Israeliten am Sinai so ein bisschen ihm gesagt haben, bleib uns noch ein bisschen fern. Und Gott ließ dieses Heiligtum bauen, dass interessanterweise die verschiedenen Elemente, die am Sinai eine Rolle gespielt hatten, mit in sich vereinte. Da gab es Feuer, das vom Himmel gefallen war auf dem Brandopferaltar. Da gab es Rauch, wenn der Priester das Räucherwerk im Heiligtum darbrachte. Da gab es Posaunen zu bestimmten Festen. Und da gab es natürlich die zehn Gebote. Also eigentlich all das, was am Berg Sinai passiert war und das Ganze sozusagen in einer ganz handlichen Form. Man konnte das Heiligtum zusammenbauen, tragen, wieder aufbauen, zusammenstecken, wieder zusammennehmen. Es war sozusagen ein bisschen der Sinai to go, im handlichen Taschenformat. Und in diesem Heiligtum wollte Gott den Israeliten den Plan der Erlösung besser erklären, sodass sie noch mehr Vertrauen zu ihm bekommen würden. Und von diesem Heiligtum heißt es, dass es der Weg ist. Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist ein so großer Gott wie unser Gott? Nun, gestern haben wir gesehen, dass Jesus antwortete, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und daran besteht kein Widerspruch. Denn wie gesagt, das Heiligtum beschreibt den Erlösungsplan, all das, was Jesus tun würde. Im Heiligtum gab es einen Eingang und Jesus sagt, ich bin die Tür. Im Heiligtum gab es Brote, Schaubrote. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Im Heiligtum gab es einen Leuchter, der Licht gab. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wir könnten immer so weitergehen. Das Heiligtum beschreibt also einen Weg. Und ein Weg ist dadurch gekennzeichnet, dass man ihn so Schritt für Schritt geht. Ein Weg hat einen Anfang und ein Ziel. Und man geht auf dem Weg, in dem man Schritt für Schritt immer weiter geht. Und so ist auch der Erlösungsplan in Schritte aufgeteilt sozusagen. Ziemlich am Anfang stand im Heiligtum der Brandopferaltar. Mit dem Feuer, das vom Himmel gekommen war, Symbol der Liebe Gottes, das die Sünde verzehrt. Hier wurde das Lamm oder auch ein Stier oder eine Turteltaube, ein Witter, ein Ziegenmock. Es gibt verschiedene Opfer in verschiedenen Situationen. Aber hier wurde das Opfer geschlachtet. Hier wurde es geopfert. Das war das Symbol für die Kreuzigung des kommenden Messias, für die Kreuzigung Jesu. Aber das Heiligtum bestand eben nicht nur aus diesem Brandopferaltar im Vorhof. Nein, der Priester nahm das Blut und brachte es dann in das eigentliche Zelt. Dort konnte er von den außenstehenden Israeliten nicht mehr beobachtet werden. Er konnte nicht mehr gesehen werden. Und trotzdem tat er Dinge, die wichtig waren und die ganz real waren. Die Israeliten außerhalb des Zeltes, die vielleicht im Vorhof standen oder in ihren Zelten um das Heiligtum herum, die mussten glauben, dass der Priester jetzt im Heiligtum das tat, was er nach dem Wort Gottes tun sollte. Der Priester hatte dort verschiedene Aufgaben zu tun. Dinge, die jeden Tag anstanden und dann eine besondere Aufgabe, die nur einmal im Jahr stattfand, wenn er nämlich in das Allerheiligste hineingehen würde, um dort die absolute Versöhnung, die große Versöhnung zu bewirken. Dazu später noch mehr. Nun, Jesus ist nicht nur unser Opfer. Er ist, wie gesagt, das Licht, er ist das Brot, er ist natürlich das Lamm Gottes, er ist die Tür, aber er ist auch der Priester. In Hebräer 4, Vers 14 heißt es, da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Jesus ist das Opfer, aber Jesus ist auch der Priester, der den Verdienst dieses Opfers im Himmel für uns gelten macht. Es heißt weiter in demselben Abschnitt, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünder. Ein Priester repräsentiert Gott vor den Menschen, aber er repräsentiert auch die Menschen vor Gott. Wie wir gesagt haben an anderer Stelle, er verbindet Gott und Menschen. Und so wie Jesus kam, um den Menschen zu zeigen, wie Gott ist, steht er auch als Repräsentant der Menschheit vor Gott. Als jemand, der weiß, wie es ist, hungrig zu sein, durstig zu sein, müde zu sein, abgearbeitet zu sein, vor Müdigkeit einfach ins Bett zu fallen, weil man sich nicht mehr aufrecht halten kann. Jesus weiß, wie es ist, versucht zu sein, er weiß, wie es ist, wenn man attackiert wird, wenn man verleumdet wird, wenn Menschen Böses über einen reden, er weiß, wie es ist, geschlagen zu werden. Er kennt die Schwachheiten der menschlichen Erfahrung. Er kennt aus eigener Erfahrung die Versuchung, er hat in einer Welt voller Sünde gelebt. Und gerade deswegen kann er uns helfen, weil wenn wir mit unseren Sorgen zu ihm kommen, dann sagt er, obwohl er Gott ist, ich weiß genau, wie es dir geht. Ich kann mit dir mitfühlen. Liebe Freunde, liebe Freunde, wir haben einen Erlöser, der genau weiß, wie es uns geht. Und deswegen sagt der Paulus an dieser Stelle, dass wir keine Angst haben brauchen, zu ihm zu kommen. So lasst uns nun mit Freimütigkeit, das Wort bedeutet einfach mit Mut, also ohne Zögern, hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wir sind eingeladen im Gebet, wir können ja nicht buchstäblich jetzt in den Himmel gehen, aber im Gebet direkt zu Jesus zu gehen und zu wissen, dass er für uns eintritt, dass er uns kennt. Nun, als Jesus damals sich verabschieden wollte, diese Verabschiedung langsam einleitete, sagte er auch noch etwas anderes, dass seinen Jüngern sehr viel Mut machen sollte. Nicht nur würde er etwas im Himmel für sie vorbereiten, er würde sie auch nicht alleine zurücklassen. Ja, sie würden ihn verlieren in einer gewissen Art und Weise, denn er wäre nicht mehr buchstäblich bei ihnen, aber er würde einen guten Ersatz schicken. Er sagt hier, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote, eine ganz tolle Zusammenfassung des Themas von gestern Abend. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Mit einem anderen Beistand wollte er sagen, ich bin euer Beistand, ich bin euer Helfer. Das griechische Parakletos meint der zur Hilfe Herbeigerufene. Beigerufene, wenn man in Hilfe ist und jemand ruft und sagt, hey, komm, komm mir zu Hilfe. Jesus ist so ein Parakletos, so ein Beistand und jetzt sagt er, noch ein anderer Beistand wird euch gegeben werden. Wenn ich gehe, kommt er zu euch. Von wem sprach Jesus? Er sprach von dem Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Heilige Geist sollte Jesus auf dieser Erde jetzt vertreten und sollte in den Jüngern und in allen Gläubigen wirken. Was würde er tun? Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Der Heilige Geist wirkt immer so, dass wir Wahrheit schätzen, Wahrheit lieben und Wahrheit annehmen. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Übrigens ist der Heilige Geist genauso bescheiden wie der Sohn Gottes, der Embryo wurde und der in einer Futterkrippe zur Welt kam. Und weil der Heilige Geist so bescheiden ist, ist er, der der Autor der Bibel ist, nicht darauf bedacht gewesen, überall von sich selbst zu reden. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Der Heilige Geist weist ständig auf den Vater und auf den Sohn Gottes. Und deswegen hat man manchmal Menschen sogar Probleme zu verstehen, dass es ihn tatsächlich als reales Wesen gibt, weil er so bescheiden im Hintergrund wirkt. Jesus war gestorben, Jesus ist dann auferstanden und die Zeit kam, dass er jetzt tatsächlich wirklich buchstäblich von seinen Jüngern Abschied nahm. Es heißt in der Postgeschichte 1 und dort Vers 4 und 5. Als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Sie sollten also in Jerusalem bleiben. Sie sollten nicht einfach aus eigener Kraft etwas für Jesus tun, sondern sie sollten mit diesem Heiligen Geist gemeinsam wirken. Denn dieser Heilige Geist würde genau das an sie erinnern, was Jesus gesagt hatte. Durch den Heiligen Geist würde Jesus in Verbindung mit ihnen bleiben. Und die Jünger hatten eine drängende Frage. Etwas ließ ihnen keine Ruhe. Da fragten die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Wir nennen uns, das große Wort ist hier Corona. Und zwar nicht der Virus, sondern die Krone. Die Juden wünschten sich so sehr, dass der Messias kommen würde und mit einer militärischen Operation die Römer vertreiben würde. Die Königsherrschaft. Noch immer hatten sie nicht völlig verstanden, was Jesus eigentlich tun wollte. Und dass er mit dem Sieg am Kreuz von Golgatha die Schlacht des Universums, diesen großen Kampf, den wir schon gemeinsam angeschaut haben, entschieden hatte. Und dass sie jetzt daran beteiligt werden sollten, die gute Nachricht vom Sieg des Guten, vom Sieg der Liebe, um mit dem Titel des Buches zu sprechen, vom Sieg Jesu in die Welt hinauszutragen. Das ist, was Jesus ihnen jetzt sagt. Er sagt, er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. Diesen Gedanken werden wir morgen noch ein bisschen aufgreifen und ein bisschen vertiefen. Sie sollten warten, bis der Heilige Geist kommt und dann würden sie ihre Mission in die ganze Welt beginnen. Dieser Moment der Weltgeschichte ist auf eine unglaublich schöne Art und Weise poetisch zusammengefasst worden in einem der kürzesten Kapitel der ganzen Bibel, in Psalm 133. Siehe, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Das ist die erste Idee. Menschen, die in Harmonie zusammenleben. Der zweite Vers sagt, wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bad, den Bad Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Interessantes Bild. Öl, das auf ein Haupt gegossen wird und dann hinabfließt, vom Kopf in den Bad fließt, in den Bad eines Priesters. Denn Aaron war ja der Priester. Und dieses Bild kann nur eine Salbung bedeuten. Denn nur wenn man gesalbt wird mit Öl, dann fließt das Öl am Kopf entlang und fließt in den Bad. Und wenn man sich das ganz bildlich vorstellt, dann weiß man, dieses Öl, das fließt über den Körper, es fließt über die Kleidung. Und ein bisschen was von dem Öl wird sogar nach unten tropfen und wird dann auf der Erde, auf dem Boden ankommen. Und dann heißt es hier in Vers 3, dort auf den Bergen Zions. Und wir wissen wahrscheinlich, dass auf den Bergen Zions eine Stadt lag, nämlich die Stadt Jerusalem. Dort hat Gott den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Jesus hatte gesagt, bleib dort in Jerusalem, bleib dort. Dort hat Gott den Segen weisen, die Verheißung des ewigen Lebens, bleib dort und bleib dort in Eintracht zusammen. Wir lesen in der Bibel, dass die Jünger dann zehn Tage lang im Obergemach einmütig zusammen waren. Sie haben ihre Sünden sich bekannt. Sie haben alles aus der Welt geschafft, alle Probleme korrigiert mit Gottes Hilfe. Und in dieser Einheit begannen sie ein Bild von dem zu werden, was Gott sich wünscht. Denn an der Liebe untereinander, sagt die Bibel, werden die wahren Nachfolger Jesu erkannt. Und das Öl des Priesters floss dann an den Priester entlang, floss in den Bart und kam auf der Erde an. In dem Moment, als sie zehn Tage in Harmonie zusammen gewesen sind, sagt uns die Bibel in der Postgeschichte 2, dass zu Pfingsten es eine gewaltige Sensation gab. Feuer fiel sozusagen vom Himmel. Ein gewaltiger Wind und Feuerzungen erschienen über ihrem Kopf. Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist schon immer in der Bibel mit dem Öl dargestellt worden. Aber was hier auf der Erde passierte, als die Jünger mit dem Geist erfüllt waren, waren eigentlich nur die Tropfen, die auf die Erde auftropften. Der Priester selbst war ja wer? Genau, Jesus Christus. Er war der Priester, der im himmlischen Heiligtum gesalbt worden ist für seine Aufgabe als Priester. Viele Christen kennen die Geschichte von Pfingsten. Sie wissen, dass dort der Petrus dann und auch später die anderen Jünger so reden konnten, dass man sie in allen Sprachen verstehen konnte, ohne Dolmetscher. Sie kennen die Geschichte, dass dort 3000 getauft wurden und glauben vielleicht, dass die spektakulärste Sache damals in diesem Moment auf der Erde passiert ist. Als es hier heißt in der Postgeschichte 2, Vers 3 und 4, Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Das war tatsächlich sehr spektakulär, aber nicht das Spektakulärste. Es war eigentlich nur wie die Tropfen, die auf die Erde fielen. Denn diese Tropfen, die den Geist Gottes auf die Erde brachten, war eigentlich nur das Nebenprodukt der Tatsache, dass im himmlischen Heiligtum der Priester selbst gesalbt wurde mit dem Heiligen Geist. Als Pfingsten passierte, war das sozusagen ein Indikator, dass im himmlischen Heiligtum Jesus seinen Dienst als hohe Priester begonnen hatte. Das Feuer war dasselbe Feuer, das am Berg Sinai Himmel und Erde miteinander verbunden hatte. Ja, man kann es nicht ganz hundertprozentig beweisen, aber es sieht sehr danach aus, dass das Pfingstfest, das ja schon im Alten Testament gefeiert wurde als das Fest der Wochen, 50 Tage nach dem Passerfest, ziemlich in derselben Nähe stattfand, wie auch das Ereignis am Sinai, das auch ungefähr 50 Tage nach dem Auszug von Ägypten stattfand. Ein zweites Sinai-Erlebnis sozusagen, aber diesmal nicht mit einer Distanzbeziehung, sondern diesmal mit der Fülle des Heiligen Geistes. Denn die Bibel sagt in Römer 5, Vers 5, Denn die Liebe Gottes, das Feuer Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und dieser Heilige Geist hat eine Mission. Nicht ist er gegeben worden, um das Gesetz abzuschaffen oder zu ändern. Nein, seine Mission ist, dieses Gesetz, das es schon seit Jahrhunderten auf Steintafeln gab, hineinzuschreiben in das Denken der Menschen. Ich will euch ein neues Herz geben, sagt schon im Alten Testament Hesekiel, also Gott durch Hesekiel, und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinene Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt und tut. Gott hat nie vorgesehen, dass er einfach Regeln gibt und sagt, haltet die. Gottes Idee war schon immer, dass wir ihn so sehr lieben, mit ihm so sehr verbunden sind, dass durch seinen Geist er uns gehorsam machen kann. Weil dann sein Wille auch unser Wille ist. Weil wir erkennen, dass sein Wille der Beste überhaupt ist für uns. Dann ist Gehorsam nämlich ganz sinnvoll. Das Sinnvollste, was man machen kann, wenn man merkt, dass das, was Gott von mir fordert, das Allerbeste für mich ist. Wenn ich das einmal verstanden habe, dann möchte ich Gott gerne gehorsam sein. Das ist das Beste, was ich tun kann. Und diese Botschaft sollte in die ganze Welt, sie sollten Zeugen sein, sie, die mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, sollten Zeugen sein in Israel, in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Welt. Diese Botschaft sollte überall hingehen. Sie sollten auch ein königliches Priestertum sein. Das muss hier 1. Petrus 2, Vers 9 sein. Ihr seid ein außerwildes Geschlecht. Ein königliches Priestertum. So wie Gott zu den Israeliten am Berg Sinai gesprochen hatte. Wir erinnern uns, das war sein Plan für die Israeliten gewesen. Jetzt sollten die Nachfolger Jesu, der ja damals schon am Sinai gesprochen hatte, sie sollten jetzt erfüllt mit dem Heiligen Geist diese Aufgabe übernehmen. Ihr seid ein außerwildes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugende, man könnte übersetzen, den Charakter dessen verkündet, der euch aus der Finstern des Boven hat, zu seinem wunderbaren Licht. Das Licht der guten Nachricht, das Licht des Charakters Gottes, sollte die ganze Erde erleuchten. Einer hatte kein Interesse daran. Derselbe, der schon im Himmel den Charakter Gottes in Misskredit gebracht hatte, der das Bild Gottes im Garten Eden zerstören wollte, er konnte kein Gefallen daran haben, dass jetzt durch die Ausgießung des Heiligen Geistes die Menschen sehen sollten, dass Gott der Beste ist, den es gibt, dass er das Beste für sie möchte und dass durch seinen Geist sein Gesetz gehalten werden kann. Der Satan griff diese Gemeinde an und er griff diese Lehre an. Paulus wusste schon zu seiner Zeit, dass es nicht lange dauern würde. Apostelgeschichte 20 sagt uns, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zurück hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Da würden also falsche Lehren in die Gemeinde eindringen. Jesus selbst hatte vor diesen räuberischen Wölfen gewarnt und er hatte gesagt, sie würden nicht als Wölfe kommen, sondern er sagt, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, in wenn nicht aber reißende Wölfe sind. Die Irrlehrer würden so tun, als wären sie Christen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Der Satan würde diese von Jesus ins Leben gerufene Bewegung dadurch attackieren wollen, dass er Menschen einschleusen würde, die ein falsches Evangelium und eine falsche Idee vom Charakter Gottes in das Christentum hineinbringen würden, während sie vorgehen würden, Christen zu sein. Paulus warnt auch die Thessalonicher. Im Neuen Testament sehen wir das immer und immer wieder. Denn lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen. Er sagt, es wird einen Abfall geben, einen Abfall von der Wahrheit, einen Abfall von dem reinen Evangelium, wie Jesus es verkörpert und gelehrt hat und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Nun, wir wissen, Sünde ist Gesetzlosigkeit. Hier würde also ein Angriff auf das Gesetz kommen, in diesem Abfall, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als einen Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Das klingt nach Luzifer, der zu Satan wurde, der gesagt hat, dass er sich dem Allerhöchsten gleich machen wollte, dieselbe Rebellion gegen den Charakter Gottes, gegen das Gesetz. Und dann sagt Paulus interessanterweise noch in Vers 5, Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Nun, zunächst einmal dieser Begriff Sohn des Verderbens, von dem man spricht, ist sehr interessant. Jesus sprach auch vom Sohn des Verderbens. Er sagt, als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Wer war dieser Sohn des Verderbens? War das nicht Judas? Judas, dieser Sohn des Verderbens, war kein Feind von außen, kein Römer, kein Pharisäer, kein Sadduzeer, sondern einer im innersten Kreis. Wenn also der Paulus vor diesem kommenden Sohn des Verderbens warnt, dann warnt er vor etwas, was in der, innerhalb des Christentums sich entwickeln würde. Der Satan plante einen Angriff. Wir haben gesehen, oder das Paulus sagt, erinnert euch nicht daran, dass ich euch das sagte. Paulus predigte darüber, denn es war ein Thema des Alten Testamentes. Das, was Paulus hier zusammenfasst, stammt eigentlich aus dem Buch Daniel. Im Buch Daniel haben wir gesehen, wie der Prophet in Babylon sich Gedanken machte, warum die Israeliten in die Gefangenschaft gekommen waren. und dort bekam er eine ganze Reihe von Visionen und Gesichten und Prophezeiungen, nicht nur die in Daniel 9, die wir uns jetzt so ausführlich angeschaut haben. Daniel erfuhr einiges über diesen Abfall vom Glauben, nachdem der Messias gekommen sein würde und auch gestorben sein würde und dann in späterer Zeit dieses Volk Gottes auf Abwege kommen würde. Zum Beispiel lesen wir in Daniel 11, Vers 36 eine Stelle, auf die sich Paulus bezieht. Dieser kommende König wird tun, was ihm beliebt und er wird sich erheben und groß tun gegen jeglichen Gott und er wird gegen den Gott der Götter unerhörte Worte ausstoßen. Was wird er noch tun? Es heißt im selben Kapitel, er wird die, welche gegen den Bund freveln, durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Der Abfall würde damit zu tun haben, dass gegen den Bund Gottes, gegen die Verbindung, wir haben über diesen Bund gesprochen, den Gott am Sinai machen wollte und er jetzt hier durch den Tod und die Auferstehung Jesu und durch die Ausgießung des Heiligen Geistes festgemacht worden ist, gegen diesen Bund würde er freveln. Nur diejenigen, sagt Daniel 11, die ihren Gott kennen, die eine persönliche Beziehung zu ihm haben, nicht die, die einfach nur aus Tradition einem Buch folgen und sagen, naja, das wird schon irgendwie stimmen, sondern diejenigen, die Gott wirklich kennenlernen, die werden festbleiben und handeln. Übrigens ein ganz wichtiger Punkt, auch für die Zeit, in der wir leben. Wir müssen Gott persönlich kennen. Dann werden wir in den Wirren der letzten Zeit vor der Wiederkunft Jesu, über die wir morgen sprechen werden, dann werden wir festbleiben und auch handeln können. Der Engel, der Daniel erschienen war, hat ihm in all den Prophezeiungen immer, immer, immer wieder versucht zu erklären, was dort kommen würde. Und eine besondere Prophezeiung, in der dieser Abfall erklärt wird, findet sich in Daniel Kapitel 8. Das heißt es in Vers 2 und ich schaute in dem Gesicht und es geschah, während ich schaute, da befand ich mich in der Residenz Susa, die in der Provinz Elam liegt und ich schaute in dem Gesicht und ich war am Fluss Ulai. Und Daniel sieht, als er dort im Osten des Reiches ist, eine Vision am helllichten Tage und er sieht dort zuallererst einen Widder. Dieser Widder war besonders, denn es heißt, ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da stand vor dem Fluss ein Widder, der hatte zwei Hörner und beide Hörner waren hoch, aber das eine war höher als das andere gewachsen und das höhere war zuletzt emporgewachsen. Ich sah, wie der Widder gegen Westen, Norden und Süden stieß und kein Tier konnte auf ihn bestehen und niemand konnte aus seiner Gewalt retten, sondern er tat, was er wollte und wurde groß. Man könnte sich fragen, wer oder was ist dieser Widder mit den ungleichen Hörnern, ein Horn größer als das andere, der aus dem Osten kommt, aber wir müssen nicht Rätsel raten, denn der Gabriel, der ihm später auch seine Neun erklärt hat, der kommt jetzt hier und erklärt ihm, wer der Widder ist. Der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige der Meder und Perser, von denen haben wir schon gehört, das sind nämlich diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass die Israeliten aus Babylon wieder frei wurden, der Kyrus zum Beispiel, wir haben ja uns im Zusammenhang mit Daniel 9 mit diesem Königen beschäftigt und mit Darius und mit Ataxerxes. Die Perser hatten ein großes Weltreich, nachdem sie Babylon besiegten und waren dafür verantwortlich, auch dass die Israeliten dann nach Judäa zurückkommen konnten, ihren Tempel und später auch die Stadt wieder aufbauen konnten. Es war sozusagen eine Allianz aus zwei Völkern, erst waren die Meder etwas bedeutender und dann, bald nachdem sie die Weltmacht obert hatten, übernahmen dann die Perser das Zügel in der Hand und deswegen spricht man meistens heute noch von dem Perserreich, das waren aber diese beiden, deswegen dieser ungleiche Witter mit den beiden Hörnern und sie kamen tatsächlich aus Osten und wurden ein großes Reich. Aber Daniel sieht mehr, er sieht in der Vision dann einen Ziegenbock, von dem heißt es hier, während ich nun acht gab, siehe, da kam ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde, ohne den Erdboden zu berühren. Wie nennt man das, wenn man sich fortbewegt, ohne den Erdboden zu berühren? Richtig, er flog, er war schnell, der Bock aber hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen und er kam zu dem Witter, der zwei Hörner hatte, den ich vorhin im Fluss hatte stehen sehen und lief wütend mit seiner ganzen Kraft gegen ihn an. Also da kommt jetzt ein anderes Tier und wenn der Witter für ein Königreich steht, für eine Weltmacht, dann wird wohl auch der Ziegenbock für eine Weltmacht, für ein Königreich stehen, diesmal nicht von Osten, sondern von Westen her und zwar schnell und mit großer Wut auf die Perser. Jetzt kann man sich vielleicht ein bisschen zurückerinnern, Geschichte Klasse 6, gab es da irgendjemand, der wütend auf die Perser war und der sehr schnell aus dem Westen kommend die Perser angegriffen hat? Wir lieten weiter in Vers 7 und 8 und ich sah, wie er nah an den Witter rankam und sich erbittert auf ihn warf und den Witter schlug und ihm seine beiden Hörner zerbrach und da der Witter nicht stark genug war, um ihn standzuhalten, warf er ihn zu Boden und zertrat ihn und niemand rettete den Witter aus seiner Gewalt. Der Ziegenbock aber wurde über die Maßen groß, noch größer als die Perser und die Meda je gewesen sind und wahrscheinlich haben wir es schon erraten, die Macht, die die Perser in die Knie zwang und eroberte und das in einem atemberaubenden Tempo, das war Alexander der Große mit seinen Griechen und genau das wurde dem Daniel Jahrhunderte vorher mit Namen vorhergesagt, denn der Engel Gabriel sagte dann in 8 Vers 21 der zottige Ziegenbock aber ist der König von Griechenland, der Bresch, ja wann und das große Horn zwischen seinen beiden Augen, das ist der erste König, dieses große, gigantische und auch heute so berühmte Alexanderreich. Wenn wir mehr Zeit hätten, könnten wir sehr viel mehr Details über diese ganzen prophetischen Implikationen uns anschauen, wie das sich politisch und militärisch ausgespielt hat. Wir haben auch vor zwei Jahren in Bern Vorträge durchgeführt, wo wir ein bisschen ausführlicher darauf eingehen, das können wir heute hier aus Zeitgründen nicht machen, aber es lohnt sich vielleicht diese Vorträge dann zu finden auf YouTube und dann nochmal anzuschauen, da gibt es einiges über auch Daniels Prophezeiung, das würde sich sehr lohnen. Aber lesen wir weiter, es heißt hier dann, als er aber am stärksten war, zerbrach das große Horn, Alexander der Große ist relativ früh gestorben, einige sagen, nach der Legende hat er sich besoffen, bis er tot war, ist dann an Fieber gestorben aufgrund seines Alkoholkonsums, er hat die ganze Welt erobert, aber nur nicht selbst sich im Griff gehabt und die Bibel sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber doch Schaden nimmt an seiner Seele. Dann heißt es weiter hier, und es wuchsen an dessen Stelle vier ansehnliche Hörner auf, nach den vier Himmelsrichtungen. Als Alexander starb, gab es keine richtige Thronnachfolge und um eine lange Geschichte zu kürzen, nach 20 Jahren Bürgerkrieg ungefähr blieben vier Generäle übrig, die dann das gesamte Alexanderreich auf sich aufteilten, Cassander, Lysimachus, Seleukos und Ptolemäus. Jahrhunderte im Vorhinein hatte der Engel Gabriel dem Daniel das ganz genau, präzise vorhergesagt und Gott hat es ihm gezeigt. Und dann heißt es in Daniel 8, Vers 9, und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn hervor. Das tat außerordentlich groß gegen den Süden und gegen den Osten und gegen das herrliche Land. Hier kommt jetzt eine kleine Macht. Eine Macht, die am Anfang so klein ist, dass zur Zeit von Daniel sie noch nicht mal wirklich mit Namen bekannt war. Aber sie würde nicht nur groß werden und nicht nur über die Maßen groß, sondern außerordentlich groß, eine noch größere Machtentfaltung als die Perser und die Griechen jemals und zwar dadurch, dass sie nach Süden und Osten ausgreifen würde und schlussendlich auch das herrliche Land erobern konnte. Und das ist niemand anderes als Senatus Populusque Romanus, der Sonat und das Volk von Rom. Wir können sehen, zur Zeit, als Daniel das abfasste, war Rom noch ein kleines Dörfchen auf den Hügeln dort. Aber schon einige Jahrhunderte später haben sie sich gegen diese sogenannten Diadochen, die Nachfolger von Alexander dem Großen, den wir gerade gesehen haben, die das Reich in vier Teile aufgeteilt haben und sich immer bekriegt haben, haben sie gegen sie nach und nach Krieg geführt. Und zwar einmal nach Süden gegen die Punia in Kartago. Da gibt es die berühmten Kämpfe. Man erinnert sich vielleicht an Hannibal, der mit seinen Elefanten die Alpen überqueren wollte. Und dann natürlich gegen Osten, gegen die Griechen, die dann im Laufe von wenigen Jahrzehnten nach und nach alles aufgeben mussten. Und irgendwann standen die Römer sogar im Heiligen Land, im herrlichen Land, in Israel, zu der Zeit, als Jesus lebte. Sie waren jetzt außerordentlich groß und Jesus selbst wurde von einem römischen Gericht, von Pontius Pilatus, verurteilt, von römischen Soldaten ausgepeitscht und angespuckt und von römischen Soldaten an ein römisches Kreuz genagelt. Aber Daniel hört hier nicht auf. Es heißt weiter. Ja, bis zum Fürsten des Heeres erhob es sich und es nahm ihm das Beständige weg und seine heilige Wohnung wurde verwüstet und das Heer wurde dahin gegeben, samt dem Beständigen wegen des Friefels und das Horn warf die Wahrheit zu Boden und sein Unternehmen gelang ihm. Ja, die Römer, die römische Republik hat sich nach Osten, nach Süden ausgebreitet, hat militärisch große Erfolge geleitet, aber hat die römische Republik oder später das römische Imperium gegen die Wahrheit gekämpft. Nun, was ist hier passiert, wie wir gesehen haben, hatte Jesus und auch die Apostel davor gewarnt, dass der Angriff von innen kommen würde. Die jahrhundertelang verfolgten römische Kaiser angefangen mit Nero und dann Domitian und wie sie alle hießen bis hin zu Deokletian, der dann noch einmal für zehn Jahre Ende des Anfang des vierten Jahrhunderts die Christen regelrecht ausrotten wollte. Die Christen und haben immer wieder versucht, diese Bewegung kaputt zu machen. Aber dann im Jahre 312 gewann ein Mann an der Milbischen Brücke, das mit dem Zeitpunkt dem westlichen Teil des römischen Reiches. Sein Name war Konstantin und er entschied sich, das Christentum erst zu akzeptieren, dann zu fördern und im Laufe des vierten Jahrhunderts wurde das Christentum plötzlich zur Staatsreligion. Und was wie ein äußerer Sieg erschien, wurde zu einer ziemlichen Katastrophe, denn das Heidentum und das Christentum verbanden sich schon zur Zeit von Konstantin immer mehr. und Rom blieb ein Zentrum, aber nicht mehr für Kaiser, die jetzt überall im römischen Reich, in Mailand und in Trier und in Ravenna ihren Sitz hatten und dann vor allem in Konstantinopel sich niederließen. Rom wurde ein Zentrum für eine Version des Christentums, das nicht mehr so hundertprozentig der Bibel folgte, sondern mit vielen Traditionen angereichert war und somit manche Anregung aus dem Heidentum, das römische Christentum erfand jetzt Dinge, die in der Bibel nie beschrieben waren. Zum Beispiel, dass ein Mensch, wenn er gesündigt hat und Vergebung sucht, zu einem Menschen kommen soll. Was haben wir gelesen? Wir dürfen mit Freimütigkeit zu Jesus kommen. Er ist jetzt, hier, heute, im himmlischen Heiligtum für uns als hohe Priester aktiv, aber die Kirche, die römische Kirche, begann zu behaupten über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg, bis es eine ganz ausgefeilte Lehre war, dass man nicht so einfach direkt als einzelner Gläubiger zu Jesus kommen könnte. Nein, man müsste zu Priestern, man müsste vielleicht die Maria anbeten oder Heilige, die vielleicht noch mit Bildern aufgestellt worden sind. Und so wurden Gläubige, die Erlösung suchten, von Jesus weggeleitet zu Menschen, die niemals Sünde vergeben können. Das Heiligtum, das auf der Erde gebaut worden war, sollte illustrieren, was im Himmel passiert. Der Priester war ein Symbol für den wahren Priester Jesus Christus. Das Lamm war ein Symbol für den Opfertod Jesu am Kreuz. Das Innere des Heiligtums, ein Symbol für das wahre himmlische Heiligtum, von dem Hebräer 8, Vers 1 sagt, dass Gott es selbst gemacht hat, es nicht mit Menschenhänden gemacht ist. Denn wir haben dort einen hohen Priester, wie 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1 sagt, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Satan wollte, dass die Menschen nicht wissen, dass sie direkt zu Jesus kommen können. Denn wenn wir direkt zu Jesus kommen können und er direkt durch seinen Heiligen Geist in unserem Herzen wohnt, wenn wir seine Liebe sehen und in unserem Herzen tragen, dann halten wir sein Gesetz und beweisen, dass das nicht schwer ist und dass es keine schlimme Sache ist. Und wir beweisen damit, dass Gott recht hat und nicht der Satan. Den größten Beweis hat natürlich Jesus selbst gebracht durch sein Leben. Aber jeder Mensch, der mit Jesus lebt, illustriert aufs Neue die Güte Gottes und seinen Charakter. Und deswegen greift der Satan diese Lehre an. Und deswegen ist die Lehre der römischen Kirche so gefährlich, die behauptet, dass zur Vergebung man über Menschen, über andere Menschen als Jesus kommen könnte oder sogar müsste. Es ist deswegen so tödlich, weil das ewige Leben eben an Jesus hängt. Aber das ist nicht alles, was Daniel sagt. In Daniel 8, Vers 1 heißt es sogar explizit, dass diese Vision, die wir gerade uns angeschaut haben, in aller Kürze, man könnte sehr viel mehr Details dazu geben, aber wie gesagt, das ist nicht heute unser Hauptthema, dass diese Vision eine zweite Folge war sozusagen, ein zweiter Teil von etwas, was bereits ihm vorher gezeigt worden war. In Daniel 8, Vers 1 lesen wir, im dritten Jahr der Regierung des Königs Belsatzer erschien mir Daniel ein Gesicht nach jenem, das mir am Anfang erschienen war. Also das, was wir gerade gesehen haben, war ein Gesicht nach einem anderen, das es schon vorher gab. Derselbe Engel Gabriel war ihm schon einmal erschienen, nachdem er einen Traum gehabt hatte, der ihn wirklich schwer bestürzt hatte. Damals hatte er ein Meer gesehen, das aufgewühlt war von den vier Winden des Himmels. Ein Meer steht in der Bibel für Völker und Winde stehen für Zerstörung und für Krieg und aus diesem Meer sollten Tiere hervorkommen. Vier Tiere, der Engel erklärt es ihm danach ganz ausführlich, nämlich hier, jene großen Tiere vier in der Zahl bedeuten, dass vier Könige sich aus der Erde erheben werden und mit diesen Königen waren Reiche, Königreiche, Weltreiche gemeint, denn wie wir sehen können, das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich. Zuerst hatte er einen Löwen gesehen, der mit Adlerflügeln ausgestattet war und wir lesen hier in Daniel 7, Vers 17 und 24, der erste glich einem Löwen und hatte Adlerflügel und das war ein Symbol für Babylon, wie wir heute noch in archäologischen Funden sehen können. Man kann das auch biblisch sehr schön zeigen, an den Texten in Jeremia und an Habakuk, wie der Löwe mit Adlerflügeln direkt auf die Chaldea Babylons hinwies, nämlich die Macht, die herrschte, als Daniel seine Träume und Visionen hatte und sie aufschrieb und danach sah er einen Bär, der aufgerichtet war auf einer Seite mit drei Rippen im Maul, die Details dazu schaffen wir heute aus Zeitgründen, die sind aber sehr interessant zu studieren, aber dieser Witter, der auf einer Seite größer war als auf der anderen, erinnert uns natürlich, dieser Bär, Verzeihung, der auf einer Seite größer war als auf der anderen, jetzt war ich schon schneller als ich wollte, der erinnert uns natürlich an den Witter, dessen beide Hörner auch ungleich war, ein Horn höher als das andere, das heißt, dieser Bär stand genauso für die Medo-Perser wie auch der Witter in Daniel 8 und dann kam in Daniel 7 als drittes Tier aus dem Meer ein Panther mit vier Köpfen und vier Flügeln schnell und unaufhaltsam und wir erinnern uns sofort auf die Perser folgten ja die Griechen, die auch ihr Reich in vier Teile teilten, also was man hier sehr schön sehen kann, ist wie die Prophetie parallel läuft und wie ein Kapitel das andere erklärt und auf die Griechen wissen wir kamen ja die Römer und so sehen wir in Daniel 7 ein schreckliches Tier, so schrecklich anzusehen, dass Daniel nicht mal wirklich die zoologischen Begriffe kennt, die er da noch anwenden kann, ein schreckliches Tier, das alles zertritt und zermalmt und mit eisernen Zähnen frisst dieses Tier als eine sehr gute Beschreibung des eisernen Roms, das alles unter seine Kontrolle brachte, Daniel sieht dann sogar wie das römische Reich aufgeteilt wird in zahlreiche Nachfolgerstaaten, er sieht zehn Hörner, die aus dem Tier hervorkommen und es würde sich lohnen das alles im Detail noch genauer anzuschauen aber wir gehen weiter denn es geht jetzt auf das eine Horn das nach dem römischen nach dem Fall des römischen Reiches aufkommen würde dieses sogenannte kleine Horn während ich Acht gab auf die Hörner siehe da stieg ein anderes kleines Horn zwischen denselben auf und drei der folgenden Hörner wurden vor ihm ausgerissen und siehe dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul das große Dinge redete diese Hörner entstanden als das römische Reich fiel das fiel ungefähr im fünften Jahrhundert und dann kamen die germanischen Staaten die dann die verschiedenen Reiche bildeten und in dieser Zeit formte sich dieses Horn das große Dinge redete und zwar gegen wen wir lesen weiter in Vers 25 er wird freche Reden gegen den Höchsten führen gegen Gott und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben und er wird danach trachten Zeiten und Gesetz zu ändern und sie werden in seiner Gewalt gegeben für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit der Angriff bestand nicht nur auf das Heiligtum per se sondern vor allem auch auf das was im Zentrum des Heiligtums war nämlich auf die zehn Gebote das Gesetz Gottes wir haben gesehen wie in Daniel 8 aus diesem römischen Reich irgendwann eine römische Kirche entwuchs die das Evangelium verdrehte und angriff in Daniel 7 sehen wir genau diese selbe römische Kirche am Werk den römischen Kirchenstaat man kann übrigens in Daniel 7 in einer ganzen Reihe von mindestens zehn Punkten nachweisen dass es der römische Kirchenstaat sein muss darum geht es uns aber heute nicht in den Details uns geht es uns darum zu sehen dass hier ein Angriff stattfand auf das Heiligtum und auf das Gesetz es waren genau diese beiden Dinge die in der Christenheit verloren gingen die Idee dass es ein himmlisches Heiligtum gibt mit einem Jesus als hohen Priester zu dem man beten kann und die Wahrheit dass die zehn Gebote so wie sie in der Bibel stehen und nicht in einem Katechismus so wie sie in der Bibel stehen buchstäblich noch binden sind und in unser Herz hineinkommen statt den zehn Geboten wie sie in der Bibel stehen wurden sehr bald die zehn Gebote verändert das zweite Gebot wurde komplett aus dem Katechismus aus dem Dekalog herausgestrichen kann man einfach mal vergleichen es lohnt sich das selbst mal nachzuprüfen einen gewöhnlichen kirchlichen Katechismus zu nehmen und dann die Bibel aufzuschlagen in 2. Mose 20 da wird man feststellen die zwei wichtigsten längsten Gebote der Bibel das zweite und das vierte fehlen oder sind total entstellt das zweite fehlt komplett weil man anfing jetzt Bilder in den Kirchen aufzustellen das vierte wurde geändert statt den biblischen Sabbat hielt man jetzt den Sonntag die römische Kirche der römische Kirchenstaat griff das Evangelium an und zwar das Evangelium das Jesus auf dieser Erde praktiziert und gelehrt hatte und deswegen warnt die Bibel in der Prophetie vor dem römischen Kirchenstaat vor der römischen Kirche nicht weil sie so überaus böse ist und weil die Menschen selbst die Menschen die sie führen schlimmer wären als andere Menschen sondern weil die Lehre die dort verkündigt wird ein massiver Angriff ist auf das wahre Evangelium und weil viele Menschen aber glauben dass diese römische Kirche irgendwie das Haupt der Christenheit sei und irgendwie stellvertretend für die für die Wahrheit stehe deswegen warnt die Bibel weil die Bibel möchte dass wir zu Jesus kommen und den wahren Jesus den biblischen Jesus kennen und ihm folgen wie lange würde das so anhalten bis die Wahrheit wieder ganz entdeckt werden würde in Daniel 8 Vers 13 wird genau diese Frage gestellt und ich hörte einen Heiligen reden und ein anderer Heilige fragte den Betreffenden der redete wie lange gilt dieses Gesicht nämlich das von dem Beständigen und von dem verheerenden Frevel dass sowohl Heiligtum als auch Opferdienst der Zertretung preisgegeben wird wie lange soll das Heiligtum angegriffen sein wie lange sollen die Menschen nicht wissen dass es ein himmlisches Heiligtum gibt und dass sie zu Jesus direkt kommen können die Antwort wird in Daniel gegeben in einem ganz spektakulären Vers er sprach zu mir bis zu 2300 Abenden und morgen dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden dann wird es wieder in sein Recht gebracht werden das hebrische Nizdak bedeutet dass Gerechtigkeit an ihm offenbar wird das beinhaltet auch die Idee biblisch gesehen einer Reinigung denn wann immer Gott uns gerecht macht dann reinigt er auch uns und das erinnert uns schon an die Idee dass im himmlischen auf dem irdischen Heiligtum im irdischen Heiligtum es einmal im Jahr die Reinigung des Heiligtums gab an dem sogenannten großen Versöhnungstag ging der Priester nicht nur in das in die Stiftshütte hinein sondern hinter den zweiten Vorhang hinein an die Bundeslade und dort das Blut der Opfer direkt auf die Bundeslade wo die zehn Gebote sind zu sprengen um völlige Versöhnung herzustellen das sollte auch tatsächlich real geschehen einen echten himmlischen Versöhnungstag kündigt Daniel an 2300 Abend und Morgen was bedeutet das ein Abend und ein Morgen das bildet ein Tag das kann man schon auf der ersten Seite der Bibel nachlesen ja da heißt es es wurde Abend es wurde Morgen erster Tag zweiter Tag das heißt wir haben es also mit 2300 Tagen zu tun und wir wissen schon aus unserem Studium von Daniel Kapitel 9 dass ein Tag für ein Jahr steht so haben wir es in Hesekiel 4 Vers 6 gelernt das heißt wir haben also und das ist nicht schwer umzurechnen 2300 Jahre vor uns aber wann sollen die beginnen und was hat es damit auf sich nun der Engel Gabriel wie gesagt hat er ja alles in diesen Visionen ihm erklärt hat er erklärt dass der Witter zum Beispiel Mittelpersien ist und dass der Ziegenbock zum Beispiel Griechenland ist und hat er alles mögliche über das kleine Horn erklärt und dies und jenes aber als es zu diesen 2300 Abend und Morgen kommt lesen wir folgendes was aber über das Gesicht über diesen Moment über diese über diese Aussage von den Abend und Morgen gesagt worden ist das ist wahr und du sollst das Gesicht verwahren denn es bezieht sich auf fernliegende Tage mehr erfährt er Daniel nicht als es ist wahr kein Anfangszeitpunkt keine weitere Erklärung und Daniel war entsetzt er sagt dann ich war mehrere Tage krank ehe ich wieder aufstehen und die Geschäfte des Königs besorgen konnte ich war aber entsetzt über dieses Gesicht über das Gesicht von den Abend und Morgen von diesen 2300 Jahren er war entsetzt und er sagt ich niemand verstand es er wollte es verstehen wochenlang monatelang jahrelang hat er darum gerungen und auch die Bibel studiert bis dann der Engel Gabriel wieder kam und die Geschichte kennen wir schon denn wir haben sie schon zweimal angeschaut das ist jetzt der Moment den wir schon kennen als der Gabriel wieder zu ihm kommt nachdem er so lange betet weil er dieses Problem verstehen will ja während ich noch redete und betete rührte mich der Mann Gabriel an den ich anfangs eben im Gesicht nämlich in Daniel 8 gesehen hatte als ich völlig erschöpft war um die Zeit des Abendopfers und er unterwies mich und redete mit mir und sprach Daniel jetzt bin ich ausgegangen um dich verständnis zu lernen jetzt in Daniel 9 kommt die Erklärung für Daniel 8 jetzt wird ihm geoffenbart was es mit diesen 2300 auf sich hat es wird ganz deutlich er sagt hier als du anfingst zu beten er ging ein Wort und ich bin gekommen es dir zu verkünden denn du bist ein viel geliebter so achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht das Gesicht von den 2300 das er bis dahin nicht verstanden hatte was hat er ihm erklärt wir erinnern uns er hat gesagt über dein Volk über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt nun dieses Wort bestimmt sieht erstmal ziemlich harmlos aus aber dahinter verbirgt sich eine Bombe dieses Wort bestimmt im hebräischen nachtak die Nifil Form von ratak und ratak bedeutet so wie es auch ein bisschen klingt abgeschnitten abschneiden ratak diese 70 Wochen sind ratak nachtak sie sind abgeschnitten von etwas Größerem so wie wenn man ein Leib Brot hat und man schneidet etwas ab und sagt okay das ist für dich bestimmt 70 Wochen sind für dein Volk und deine heilige Stadt bestimmt sie sind abgeschnitten für Israel und für Jerusalem wir erinnern uns noch wir haben ja gemeinsam mühsam gerechnet die 70 Wochen waren ja wir erinnern uns 490 Jahre und diese 490 Jahre waren sind also abgeschnitten von den 2300 sie haben den selben Anfangszeitpunkt und das was wir so gesehen haben diese spektakulären Prophezeiung um den Messias ist nur der erste Teil eines größeren Bogens mit anderen Worten Daniel 9 mit all seinen wunderbaren Prophezeiungen ist der erste Teil eines größeren Planes zu dem da in 8 Vers 14 die 2300 Abende und Morgen die Reinigung des Heiligtums unmittelbar dazugehören wir erinnern uns diese 490 Jahre begannen als Adaxerxes im siebten Jahr seiner Regierung den dritten und schlussendlichen Befehl gab dass endlich jetzt Jerusalem auch vollständig aufgebaut werden durfte das war wie gesagt im Jahre 457 vor Christus wer das nicht mitbekommen hat kann das nochmal in Vortrag Nummer 4 sich anschauen und nachstudieren wir haben dann gesehen dass 483 Jahre vergehen würden bis zum Kommen des Messias tatsächlich im Jahre 27 wurde er getauft der Messias genau zur richtigen Zeit im Jordan und dann haben wir gesehen dass in der Mitte der letzten Woche nach dreieinhalb Jahren Dienst er die Schlacht und Speisopfer aufhören lassen würde dass er den Bund befestigen würde dass er der ganzen Welt zeigen würde wie Gott wirklich ist und den Satan besiegen würde am Kreuz von Golgatha das war im Frühjahr 31 nach Christus es bleiben dann noch dreieinhalb Jahre in denen dieser Bund festgemacht werden sollte in denen die Jünger noch in Jerusalem bleiben sollten dreieinhalb Jahre lang blieben sie von Frühjahr 31 bis zum Herbst 34 dann übrigens da war heute die Zeit nicht mehr für aber dann wurde Stephanus gesteinigt dann begannen die Christen sich zu verbreiten aus Jerusalem hinweg zuerst nach Judea nach Samaria und dann irgendwann bis ans Ende der Welt das war also im Jahre 34 und haben wir gesagt von diesen 2300 Jahren sind 490 abgeschnitten also wenn wir einfach und das ist nochmal ein bisschen Mathematik heute Abend aber nicht schwer 490 abziehen von 2300 dann bleiben noch wie viel übrig ganz genau 1810 Jahre und wenn wir die addieren zu den 34 dann kommen wir auf das Datum 1844 dann sollte das Heiligtum gereinigt werden dann würde Jesus als hohe Priester hineingehen in das Allerheiligste nicht nur Daniel 8 wird davon gesprochen sondern auch in Daniel 7 in Daniel 7 wird von diesem Zeitpunkt folgendes gesagt in Vers 9 ich schaute bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle sein Thron waren Feuerflammen und dessen Rede ein brennendes Feuer wir wissen jetzt schon das Feuer steht für seine Liebe und dann in Vers 10 ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus tausendmal tausende dieten ihm und zehntausendmal zehntausend standen vor ihm das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet seit 1844 tagt das Gericht morgen werden wir noch mehr darüber erfahren aber schauen wir was Daniel sieht als er dort in Vision dieses Gericht sieht er sieht einen Menschen zu Gott dem Vater kommen in Vers 13 heißt es ich sah in den Nachtgesichten und siehe es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen das war der Titel den Jesus sich auf Erden am allerliebsten gab und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht und ihm wurde Herrschaft Ehre und Königtum verliehen und alle Völker Stämme und Sprachen dieten ihm seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft Achtung nicht wahr die Sarditen suchten nach einem König die Jünger wollten noch wissen wann die Königsherrschaft beginnt hier heißt es in 1844 beginnt ein Gericht in dessen Verlauf Jesus zum König gekrönt wird es heißt seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft die nicht vergeht und sein Königtum wird nie zugrunde gehen im letzten Buch der Offenbarung im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung finden wir drei Engel die durch den Himmel fliegen mit einer entscheidenden Botschaft von der wir heute hier jetzt nur den ersten uns kurz anschauen wollen Offenbarung 14 Vers 6 und 7 heißt es und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen der hat ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen die auf der Erde wohnen zwar jeder Nation und jedem Volk stamm und jeder Sprache und jedem Volk das was Jesus seinen Jüngern schon gesagt hatte das Evangelium muss in die ganze Welt der sprach mit lauter Stimme fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen das Gericht hat begonnen wie wir gerade gesehen haben das biblische Gericht beginnt seit 1844 als der zweite Teil des größeren Planes der mit dem Evangelium das Jesus verkündigte und auslebte und als er dann starb auf Golgatha begonnen hatte Jesus führt dieses Werk fort so wie das Heiligtum den Weg der Erlösung zeigt die Bibel sagt dass dieses Gericht eine ganz praktische Ausführung auf uns und morgen werden wir sehr viel mehr darüber sprechen Jakobus 2 Vers 12 heißt es redet und handelt als solche die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen und Paulus spricht von diesem Gericht wenn er sagt an dem Tag der Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird nach meinem Evangelium Jesus unser Erlöser Jesus das Lamm Gottes Jesus unser hoher Priester ist auch unser Richter denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden damit jeder das empfängt was er durch den Leib gewirkt hat es sei gut oder böse und das ist gute Nachricht lieber Freund liebe Freundin denn wenn Jesus unser Richter ist dann brauchen wir keine Angst haben denn wir kennen ihn schon er ist derselbe der seinen Jüngern die Füße gewaschen hat er ist derselbe der Embryo wurde derselbe der sich im brennenden Dornbusch offenbart hat derselbe der am Kreuz von Golgatha für dich und für mich gestorben ist wenn er richtet dürfen wir wissen dass er dass wir alle seine Richter damit wir gerettet werden können denn er ist ja nicht nur der Richter er ist gleichzeitig und das ist für uns vielleicht im westlichen Denken so schwer vorstellbar aber das ist genau die jüdische Rechtspraxis gewesen im alten Orient er ist nicht nur unser Richter sondern gleichzeitig unser Fürsprecher das ist es was er heute tut es gibt heute viele Menschen die glauben an Jesus der vor 2000 Jahren gelebt hat als historische Figur vielleicht noch als jemand der gestorben ist aber sie haben keinen Bezug zu Jesus in der Jetzt Zeit aber Jesus ist während wir hier sprechen mein und dein auferstandene Erlöse er tritt für dich und mich ein und wende das Blut das er auf Golgatha vergossen hat für dich und für mich buchstäblich an in dem Gericht das seit 1844 Tag meine Kinder die schreibe ich euch damit ihr nicht sündigt und wenn jemand sündigt so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus den gerechten er steht für uns ein und diese Botschaft muss um die ganze Welt zum Abschluss möchte ich eine kleine Denkaufgabe mitgeben wenn der Gott den wir in dieser Serie kennengelernt haben so bescheiden ist dass er sich nicht mit den Ellenbogen nach vorne drängelt sondern wie wir gesehen haben sich verborgen hält und in der Natur sich offenbart wenn dieser Gott so bescheiden ist dass er nicht in einer mächtigen Akazie sondern in einem dürren Dornstrauch sich offenbart wenn dieser Gott so bescheiden ist dass er sogar sich von einer Nabelschnur ernähren lässt wenn er so bescheiden ist dass er in einer krippe zur welt kommt und sich als verbrecher kreuzigen lässt was denkst du liebe freund liebe freundin durch welche art und weise durch welche mittel wird er wohl diese botschaft in die welt tragen wollen so sollten wir nach den größten und einflussreichsten und reichsten kirchen suchen die das predigen nach den bedeutendsten männern die die größten akademischen titel haben oder wird er nicht vielleicht auch mit dieser botschaft seinem modus operandi seiner arbeitsweise treu sein sich im kleinen im unscheinbaren im wenig beachteten zu offenbaren wenn du nach den menschen suchst nach der kirche nach der gemeinschaft nach der gemeinde der freikirche den menschen die das hier predigen suche nicht nach den größten und den vorlautesten suche nach denen die das gesetz gottes hoch halten weil sie jesus lieben weil sie erlebt haben dass er jetzt für sie eintritt im himmlischen heiligtum ist dein wunsch und deine hoffnung dass jesus für dich spricht dass er sich für dich einsetzt und dass du wissen darfst dass er nicht nur jemand ist der vor 2000 jahren gelebt hatte sondern dass er jetzt lebt um für dich einzutreten als dein freund wir möchten heute abend den abend nicht vergehen lassen ohne die gelegenheit zu geben eine persönliche entscheidung zu fällen und auch darüber hinaus sich zu fragen wie es weitergehen kann mit uns in unserem glaubensleben vielleicht möchtest du heute abend sagen ich möchte jesus erneut mein leben übergeben vielleicht hast du es auch noch nie getan du möchtest es heute ihm zum ersten mal übergeben weil du im laufe dieser vortragsreihe gesehen hast dass jesus alles für dich tut alles für dich getan hat und auch noch tun wird wenn es dein wunsch ist dann segne gott deine entscheidung vielleicht interessierst du dich auch für themen der vortragsreihe du würdest sie gerne vertiefen und möchtest gern einen bibelkreis ein seminar besuchen es ist eine sache an einem laptop zu sitzen und vorträge zu konsumieren eine ganz andere sache und noch viel schöner ist wenn man sich in einem kleinen kreis vielleicht treffen kann mit realen menschen die man dann anfassen kann also soweit das corona zulässt wo man gemeinsam das wort gottes studieren kann wo man selbst sich einbringen kann fragen stellen kann und voneinander lernen kann vielleicht hast du interesse an vertiefendem studienmaterial und möchtest mehr lernen vielleicht mit mehr videos mit mit printmedien mit büchern vielleicht gibt es persönliche dinge die du auf dem herzen trägst und du wünschst dir ein gespräch mit einem pastor oder seelsorger was immer deine entscheidung ist oder wenn es alle vier diese punkte auf sich zutreffen dann bitte melde dich doch bei uns und schreibe auf bibelprophetie also www.bibel-prophetie.ch oder an die e-mail bibelprophetie.hotmail.com und wir würden uns freuen mit euch in kontakt zu treten euch zu helfen auf diesem weg mit jesus persönlich weitere schritte zu tun wenn es dein wunsch ist heute dein leben jesus zu geben dein leben jesus erneut in die hände zu geben weil du weißt jesus hat nicht nur vor 2000 jahren gelebt jesus ist heute für mich aktiv da möchte ich dich einladen dass wir gemeinsam jetzt ein gebet sprechen lieber vater im himmel wir möchten dir von ganzem herzen dank sagen dass du durch deinen heiligen geist durch dein wort zu uns sprichst dass die prophetie in unsere zeit hinein spricht und uns zeigt das evangelium unter attacke ist das wahre evangelium wie du es in deinem wort uns zeigst aber wir danken dir dass wir wissen dürfen dass jetzt zu dieser zeit eine botschaft um die welt geht die deutlich macht dass das gesetz gottes wichtig ist und dass wir zu jesus kommen können wie wir sind auch wenn über jahrhundert hinweg durch das wirken der römischen kirche diese wahrheiten unterdrückt worden sind wir danken dir dass wir wissen dürfen dass du tausend wege hast von dem wir nichts wissen wie diese botschaft sich überall verbreitet und dass sie auch uns erreicht hat und herr wir danken dir dass du jetzt unsere entscheidung durch deinen geist versiegelst dass wir unser leben dir neu geben möchten wir wünschen uns so sehr vom heiligen geist erfüllt zu sein um mit dir in harmonie zu leben dir gerne zu gehorchen weil wir aus erfahrung wissen dass du das beste für uns möchtest dafür danken wir dir im namen jesu amen